Hallo meine lieben Heimkino-Freunde, Epsons neuste Laserbeamer LS11000, LS12000. Wie unterscheiden sich die beiden Geräte und warum halte ich diese Geräte für aktuell die besten Wohnzimmerbeamer am Markt? Herzlich willkommen zu Kino im Wohnzimmer, mein Name ist Olaf und gleich geht's los. Die Frage der Woche heute ganz kurz, weil Video wird tatsächlich ein bisschen länger, aber ist sehr interessant. Die Frage kommt heute von Nico. Nico fragt, Olaf, gibt es eine Lösung mit dem Epson EATW 9400, ein Wireless HDMI-Signal, 4K-Signal umzusetzen? Tatsächlich Nico, mir ist keins bekannt, was störungsfrei richtiges 4K mit mindestens 60 Hertz und HDR übertragen kann. Ich kenne kein System, vielleicht gibt es eins, wenn jemand eins kennt, schreib es gerne in die Kommentare. Mir ist es leider nicht bekannt. So, jetzt aber viel Spaß mit dem neuesten Video. Epsons aktuelle Laser-Heimkilo-Beamer LS11000, LS12000. Eigentlich gibt es die ja schon eine ganze Weile und tatsächlich habe ich auch schon einen bei mir zu Hause im Einsatz und konnte mich damit schon durchaus näher beschäftigen. Aber jetzt endlich lieferbar, Vorbesteller konnten ausgeliefert werden und es gibt noch welche zum Kaufen. Das nehme ich zum Anlass, um euch noch ein bisschen mehr über diese Geräte zu erzählen. Und, ganz wichtig, was ist denn der Unterschied zwischen diesem und diesem? Und warum muss der eine vielleicht lieber diesen nehmen und der andere nimmt aber lieber diesen? Das schauen wir uns heute an und dazu machen wir uns auch mal die Beamer an und zeigen die auf einer Leinwand. Und zwar nicht nur auf einer weißen Leinwand, sondern was ich ja persönlich viel spannender finde, auch auf einer Kontrastleinwand, wie sie ja tatsächlich heute in vielen Wohnzimmern eingezogen ist. Und da ist absolut mit Recht, warum eine Kontrastleinwand besser ist. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, da könnt ihr natürlich reinschauen. Ich werde demnächst noch ein neues machen, weil das ist immer wirklich ein sehr interessantes Thema. Ja, und ganz zum Schluss werde ich euch noch berichten, warum ich diese beiden Projektoren aktuell für die mit Abstand besten Wohnzimmerprojektoren am Markt halte. Zu den Gemeinsamkeiten dieser beiden Geräte kommen wir später. Jetzt reden wir über die Unterschiede. Tatsächlich sind das eigentlich nur drei gravierende Unterschiede. Den ersten seht ihr hier auf den ersten Blick, auch im ausgeschalteten Zustand. Der eine hat ein weißes Gehäuse, der andere hat ein schwarzes Gehäuse. Die Idee von Epson dahinter war natürlich, die weißen gehören ins Wohnzimmer, die schwarzen gehören ins Kinozimmer. Der zweite Unterschied, den sehen wir tatsächlich nicht. Tatsächlich können wir den nicht mal mit bloßem Auge sehen, auch im eingeschalteten Zustand. Der weiße Beamer hat 2500 Lumen, der schwarze Beamer soll 2700 Lumen bringen. Das haben wir nachgemessen. Tatsächlich liegen die fast genau auf dem Punkt bei diesen Werten. Aber das sind ja die maximalen Helligkeiten bei einem Weißbild gemessen. Interessiert uns das wirklich? Interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Uns interessiert die Farbhelligkeit, uns interessiert der Kontrast und zwar nicht der An-Aus-Kontrast, sondern der Innenbild-Kontrast oder An-Sie-Kontrast. Das heißt, wie viele dunkle Bildinhalte und helle Bildinhalte kann so ein Beamer gleichzeitig aufs Bild projizieren und dabei diese schönen Kontraste und Tiefen erzeugen. Tatsächlich ist das der dritte Unterschied und den gucken wir uns jetzt mal live an. Mein Versuchsaufbau, so praxisnah wie möglich. Ich habe beide Geräte nebeneinander gestellt, beide genau so eingestellt, alles ist gleich und ich habe einfach nur zwei Pappen rübergelegt. Und wir sehen jetzt von eurer Seite aus gesehen, rechte Seite den LS12000, linke Seite den LS11000. Und jetzt können wir uns verschiedene Sachen mal anschauen und der größte Unterschied ist ja tatsächlich bei diesen beiden Geräten der Innenbild-Kontrast und der Schwarzwert. Und ich glaube, den können wir jetzt bei so einer Zähne wunderbar sehen. Ich gehe mal zur Seite. Seht ihr das? Ich denke, das sieht man über die Kamera auch sehr, sehr gut. Rechte Seite, der LS12000 hat viel mehr Kontrast, viel mehr Schwarzwert. Wir sehen es auch an dem Balken, der hier relativ dunkel ist. Ist eine weiße Leinwand übrigens. Und da sehen wir, dass dieser Balken relativ aufgehellt wird. Das heißt, wir sehen, ohne irgendwelche Manipulationen zu machen, eins zu eins diesen Unterschied. Der LS11000 hat weniger Kontrast, weniger Schwarz. So sieht das im Dunkeln aus, eine dunkle Zähne. Ja, da wird der LS12000 besser abschneiden. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt machen wir mal eine Kontrastleinwand dazu. So, wie wir das ja in den meisten Wohnzimmern auch haben. Und dann schauen wir uns mal an, wie krass das dann noch aussieht. Wunderbar, die Zähne ist noch dunkel. Ich hoffe, die bleibt auch noch eine Weile dunkel. Ja, man sieht es hier auch leicht, wenn ihr mal genau hinschaut. Die linke Seite ist etwas heller als die rechte Seite. Aber im Bild, im Bild finde ich den Kontrastverlust jetzt deutlich weniger. Aber der Unterschied ist da. Also wer darauf Wert legt, auf extreme Schwarzwerte, auf sehr gute Innenbildkontraste, der muss tatsächlich, man kann fast sagen leider, zum schwarzen Gerät greifen. Weil das weiße Gerät tatsächlich etwas weniger Kontrast macht und weniger schwarz. Wie gesagt, dunkler Bildinhalt. Jetzt stoppen wir das mal und dann gucken wir uns mal mit im hellen Bildinhalt das an. Normal helle Filmzähne. Rechts wieder der LS 12000, links der LS 11000. So, und das auf einer Kontrastleinwand, in dem Fall auf einer Black Horizon Bright TV. Ich denke, dass das jetzt kaum noch sichtbar ist, oder? Seht ihr das über die Kamera? Also hier live, minimal. Also klar, hier unten an den Balken sehen wir weiterhin. Hier ist heller, da ist dunkler. Aber im Bild, stört das? Ich würde sagen nicht. Also in Verbindung mit einer Kontrastleinwand ist ein LS 11000 meiner Ansicht nach super. Wir schauen uns das mal einfach mal auf einer weißen Leinwand nochmal an. Ich fahre die nochmal weg. So, schauen wir jetzt nochmal. Weiße Leinwand. Also was ich mit bloßem Auge nicht sehen kann, dass der LS 11000 nur 2500 Lumen hat, der andere 2700 Lumen. Einen Helligkeitsunterschied kann ich nicht wahrnehmen. Wir sehen weiterhin hier im Balken, hier heller, hier dunkler. Also nativer Schwarzwert, keine Frage. Der ist natürlich beim LS 12000 besser. Aber störend im Bild würde ich sagen nein. Und jetzt machen wir es mal mit Zusatzlicht, weil in den meisten Wohnzimmern hat man ja oft noch so ein kleines bisschen Licht an. So, mache ich mal so einen Scheinwerfer an, drehe ihn aber so ein bisschen weg, als wenn hier hinten noch so ein bisschen Licht an wäre. Und sehen wir gar keinen Unterschied mehr, oder? Ich sehe hier keinen Unterschied mehr. Allerdings würde ich in so einem Fall, wenn ich noch Fremdlicht im Raum habe, immer eine Kontrastländwand wählen. Und, wie sieht es jetzt aus? Man kann diesen Kontrastverlust vom 11000er bei so einer Beleuchtung tatsächlich nicht mehr sehen. Ich sehe jetzt hier noch nicht mal an den Balken einen Unterschied. Also sobald noch ein bisschen Licht im Raum ist, ist das schon fast egal, ob wir den 11000 oder den 12000 nehmen. Und dann kann man ja fast sagen, dann entscheiden wir es nach der Gehäusefarbe. Ja, also zusammenfassend, klar, der LS12000, besseren Schwarzwert, besseren Kontrast durch seine deutlich verbesserten Polfilter. Das kostet natürlich auch 300 Euro mehr im Endpreis der Geräte. Der weiße, schlechterer Kontrast, wer da nicht wirklich Wert drauf legt, für den ist der 11000er meiner Ansicht nach immer noch eine super Wahl, gerade mit seinem weißen Gehäuse. Soviel zum Praxistest, Kontrastunterschied der beiden Geräte. Warum halte ich diese beiden Projektoren denn aktuell für die besten Wohnzimmer-Beamer? Ja, das will ich euch erzählen. Ich habe es euch schon gesagt, ich habe das Gerät ja schon eine ganze Zeit lang bei mir zu Hause. Und ich bin immer noch wahnsinnig begeistert über das Gerät. Weil das macht alles genau das, was es soll. Ja, ich weiß, es gab Kritik, da das Gerät ja kein nativer 4K-Beamer ist. Das ist bei LCD-Beamern auch so eine Sache mit nativen 4K. Aber meiner Ansicht nach ist das nicht unbedingt möglich. Es gibt sicherlich noch einen ganz kleinen Schärfeunterschied zu den nativen. Aber wenn man das so im ganzen Paket betrachtet, dann kann dieses Gerät eigentlich in einem Wohnzimmer genau das, was es soll. Und was ich besonders schön finde, es ist extrem aufstellungsflexibel. Das heißt, wir können das Gerät superflach an den meisten Decken montieren. Es sei, ihr habt irgendeine Berliner Wohnung mit 3,50 Meter Raumhöhe, dann geht auch das meist nicht mehr. Aber in normalen Wohnräumen kriegen wir den superflach an der Decke. Epson hat einen Spezialhalter dafür. Damit bekommen wir den so knapp 5 Zentimeter unter die Decke geschraubt. Perfekt. Durch seinen riesengroßen Lensshift. Das heißt, Lensshift, wisst ihr ja, also er kann seine Optik mechanisch nach oben und nach unten, sowie nach rechts und nach links verfahren. Das können zum Beispiel die meisten DLP-Beamer gar nicht oder nur in ganz, ganz kleinem Maße. Und der macht das enorm groß. Und das ist einer der größten optischen Lensshift-Funktionen, die wir auf dem Markt haben tatsächlich. Und das Ganze geht auch noch elektrisch. Das heißt, die ganze Optik ist motorgesteuert und man kann Positionen sogar abspeichern. Gut, da denkt man im ersten Moment, das interessiert ja nicht jeden. Warum muss ich denn eine Optikposition abspeichern können? Ja, wenn man eine Cinemascope-Leinwand hat, also eine Leinwand, die sehr breit ist, aber dafür nicht so hoch, dann muss man, wenn man Filme zum Beispiel in 6.9 guckt, das Bild zusammensumen. Das kann ein Ansatz sein. Tatsächlich im Wohnzimmer halte ich das für eher sehr selten. Aber was man machen kann mit einer Lens-Memory-Funktion, man kann das Bild sich kleiner zoomen. Man will ja nicht immer diese riesengroße Kino-Leinwand, diesen Film-Look haben. Vielleicht möchte ich ja nur nebenbei ein bisschen Sport laufen haben oder mal die Nachrichten gucken. Ja, dann kann ich mir das Bild einfach auf Knopfdruck kleiner machen, was es dann natürlich auch automatisch heller macht. Tatsächlich sogar schärfer, aber das wird man nicht sehen. Und dann hat man plötzlich ein kleines Bild und das auf Knopfdruck, motorisch. Finde ich in der Preisklasse absolut einmalig. Da muss man bei anderen Geräten ja gerne bis zu fast das Doppelte hinlegen, um das überhaupt hinzubekommen. Das macht ihn natürlich unheimlich flexibel. Dazu kommt dieser riesengroße Zoom. Das heißt, er hat ein Projektionsverhältnis von er kann sehr dicht dran stehen, um ein großes Bild zu erzeugen, bis zu er kann sehr weit weg und kann immer noch die gleiche Bildgröße erzeugen. Und da ist er natürlich auch das Maß der Dinge. Kein Projektor in dieser Preisklasse erreicht nur annähernd diese Werte. Und damit können wir den wirklich in fast jedes Wohnzimmer integrieren. Ich bin ja ein Freund von BIMA, auch gerne mal auf dem Regal stellen, nicht an der Decke hängend. Oder auch gerne mal verstecken oder in einen Lift einbauen, wo er nur rausfährt, wenn man ihn braucht. Oder in einen unserer schönen BIMA-Kästen oder auf ein kleines BIMA-Regal oder, oder, oder. Gibt ja da viele Möglichkeiten. Und das macht bei dem Gerät wirklich Spaß, weil wir können ihn wirklich, wirklich fast überall hinstellen. Und alleine das macht ihn schon zum Top-Wohnzimmer-BIMA. Dazu kommt eine brachiale Helligkeit. Wir reden hier zum Beispiel bei ihm über 2700 Lumen, bei ihm über 2500 Lumen. Und wir wissen ja, dass diese Angaben vom Hersteller oft nicht so ganz, ja, der Wahrheit, ich sage mal, die haben die Wahrheit ein bisschen verbogen. Die schaffen die Helligkeit natürlich auf einem weißen Bild, was meistens einen riesen Grünstich hat. Und dann schaffen die irgendwie diese Angaben der Helligkeit. Und da wird ja gerne mal geworben mit 3000, 4000, 5000 Lumen. Wenn wir das auch ein bisschen näher betrachten und uns dann mit der Farbhelligkeit beschäftigen. Das heißt, das Gerät wird in die richtigen Farben gebracht. Dann verlieren diese Geräte gerne mal 20, 30, 40 Prozent an Licht, um diese schönen Farben noch zu erzeugen. Ja, und dann ist es vorbei mit diesen riesen Helligkeiten. Beim Epson ist es so, er verliert so roundabout 15 Prozent Licht, um an seinen zu erreichenden Farbraum zu kommen. Epson ist da einen super Weg gegangen. Die haben jetzt nicht gesagt, wir bauen jetzt einfach mal das hellste Gerät. Dafür können wir keine guten Farben. Oder wir bauen ein Gerät, was einen Kinofarbraum übertrifft. Machen ja auch viele. Haben dann aber ein Bild von, ja, irgendwo noch vielleicht 800 Lumen am Ende übrig. Epson ist da so im Mittelweg gegangen. Die haben gesagt, ja, wir schaffen halt 85 Prozent DCI, also diesen Kinofarbraum. Wobei, wenn man genau betrachtet, erreicht der ihn im Rot fast komplett, im Blau sowieso. Nur im Grün fehlt ihm so ein kleines bisschen. Das macht das Grün leicht gelblich. Das wird den meisten aber beim Betrachten gar nicht auffallen. Die wenigsten sitzen ja mit Messgeräten. Ja, ich weiß, es gibt ein paar unter euch, die haben auch neben dem Film gucken, auch ein Messgerät zu stehen. Dürft ihr machen. Aber die meisten wollen einfach ein schönes Bild haben, was einfach intensive, schöne, leuchtende Farben hat. Und da werden sie es mit bloßem Auge nicht wahrnehmen, dass Grün leicht verschoben ist. Und diesen Weg ist Epson gegangen. Wir haben ein helles, farbreiches und kontrastreiches Bild. Und das ist meiner Ansicht nach perfekt für in seinem Wohnzimmer. Weil Helligkeit ist halt auch wichtig, gegen fremdlich aus dem Raum anzukämpfen. Und deswegen, das ist der nächste Punkt, deswegen sage ich, das sind tatsächlich die allerbesten Wohnzimmerbeamer. Hinzu kommt, wir haben Lebenszeiten von den Geräten. Das betrifft ja in erster Linie die Lichteinheit da drin, da die ja laserbasiert ist, von 20.000 Stunden. Das erreichen wir natürlich auch nicht realistisch mit einem Lampenbeamer. Das ist schon mal super. Das betrifft nicht nur die Lebenszeit, das betrifft auch die Alterung. Lampen, wissen wir ja, die werden im Laufe der Zeit immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Das sehen wir zwar nicht im ersten Moment, aber unterbewusst merken wir schon, dass das Bild immer weniger Punch hat, immer langweiliger wird. Also wechseln wir alle, ich sage mal 2000 Stunden realistisch, mal die Lampe. Dann ist das Bild wieder schön hell. Wochen wir bei Laserprojektoren nicht machen. Dazu kommt, 5 Jahre Garantie. Welcher Hersteller, gerade im Projektorenbereich, ist denn so, ja, ich sage mal, mutig? Oder er vertraut seinen Geräten oder seiner Entwicklung so stark, dass er von vornherein auf das Gerät 5 Jahre Garantie gibt? Und das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, das muss man sich erst mal trauen als Hersteller. Und wir wissen ja, ihr kennt ja meine Videos, also ich berichte auch mal, wenn ich auch nicht immer die Namen nenne der Hersteller, weil ich hoffe ja mal, sie verbessern sich noch. Es gibt Hersteller, da gehen Geräte nach ein paar hundert Stunden schon kaputt. Und dann gibt es Riesenprobleme mit Garantie. Das werden wir hier nicht haben. Epson hat ja immer einen guten Service, kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Dazu die 5 Jahre Garantie. Also im Prinzip ja 5 Jahre sorgenfrei, wenn wir halbwegs vernünftig mit den Geräten umgehen. Alles das zusammen macht sie für mich zu den besten Wohnzimmerbeamern aktuell am Markt. Einen wichtigen Punkt, den hätte ich beinahe vergessen. Die Betriebslautstärke und die Abwärme. Auch da ist er absolut vorbildlich. Ich würde fast sagen, der allerbeste. Ich denke schon. Lichtleistung, mein Tipp, auf 75% begrenzen bei den Geräten. Das ist immer noch wahnsinnig hell, diese 75%. Aber ab dann ist er flüsterleise. Darüber fängt er schon an, ein bisschen lauter zu werden. Die Lüfter müssen dann schneller laufen. Und ich denke mal, das wirkt sich auch so ein bisschen auf die Haltbarkeit der Laserlichteinheit aus. Und auch auf die Panels, weil alles da drin nicht mehr so warm wird, nicht mehr so stark belastet wird. Lasst die Dinger auf 75% laufen. Das reicht so gut wie immer. Vielleicht eine Ausnahme, wenn ihr eine 5 Meter breite Leinwand zu Hause habt. Dann könnt ihr aber auch mal 100% machen. Lasst sie mit 75% laufen. Die Dinger werden so gut wie gar nicht warm. Hier auf der Seite kommt ganz lauwarme Luft raus. Ganz was anderes, als wir von den Vorgängergeräten oder von anderen Lampenprojektoren kennen. Und er bleibt extrem leise. Und das bleibt er auch den ganzen Film lang oder den ganzen Abend lang. Und das ist auch noch ein super wichtiger Grund für einen Wohnzimmer-Beamer. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten. Wir können ihn an die Rückwand sehr nah ranbringen. Auch das kennen wir im Moment anders von aktuellen Beamern. Zum Beispiel Sony, JVC. Die können wir nicht hinten an die Wand ranschieben, weil die haben meistens hinten noch Lüftungsmechanismen. Wo hinten noch, ja man darf halt nicht so ran. Oder man hat hinten Steckplätze für Kabel. Man kann ihn gar nicht an die Wand direkt ranschieben. So einen Epson, den könnt ihr flach hier komplett an die Wand ranschieben. Das ist ihm völlig egal. Der hat hinten keine Lüftung. Und alle Stecker oder Anschlussleisten hier hinten sind komplett vertieft. Ja, und das ist der nächste Punkt. Weil im Wohnzimmer ist ja meistens der Platz ein bisschen eng. Das heißt, wir müssen mit dem Beamer so weit wie möglich nach hinten. Und das könnt ihr mit den Geräten machen. Gut, das Gerät ist riesig. Keine Frage. Da widerspreche ich auch gar nicht. Die Bautiefe von fast 50 Zentimetern. Er ist ja ungefähr genauso breit. Das ist schon riesig. Er ist zwar schön flach, aber so von den Grundmaßen ist er schon groß. Aber okay, irgendwo muss man auf einen Kompromiss eingehen, dass man diese ganzen Features hier irgendwie in diese Geräte unterbringt. Ja, also ich bleibe dabei. Aktuell gibt es keine besseren Wohnzimmer-Beamer. Zumal nicht in dieser Preisklasse. Qualitativ könnte man sagen, klar, wenn man den Preis verdoppelt, kriegt man vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität raus. Aber das hat ja dann auch nicht mehr wirklich was mit Wohnzimmer-Beamer zu tun. Dann sind wir schon wieder im dedizierten Heimkinoraum. Ja, also wie gesagt, ich bleibe dabei. Aktuell gibt es nichts Besseres fürs Wohnzimmer. Aber ihr kennt mich. Wenn es negative Sachen gibt, dann will ich die euch natürlich nicht verschweigen. Davon abgesehen, dass ihr das wahrscheinlich schon wissen werdet. Zwei Punkte. Einer, er kann kein 3D. Okay. Warum? Wieso? Weshalb? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gehört, warum Epson darauf verzichtet. Ob das ein technischer Grund ist oder ob man einfach sagt, 3D hat keine Zukunft mehr. Kann ich euch an dieser Stelle tatsächlich nicht sagen. Vielleicht erfahre ich das mal irgendwann. Und ja, dann hört ihr es von mir. Es ist ein Nachteil. Es ist eine Schwäche dieses Gerätes. Ich hätte mir schon 3D gewünscht. Aber ich weiß es ja von meinen Kunden. So geschätzt würde ich sagen, 80% der Leute benutzen kein 3D. Ich weiß. Ihr werdet es in die Kommentare schreiben. Es gibt noch einige, die lieben 3D. Die haben riesen 3D-Sammlungen. Völlig korrekt. Ich finde 3D auch schön. Aber ich habe 3D auch in den letzten Jahren extrem selten geguckt. Es wurde immer weniger, immer weniger. Ich möchte meinen, ich habe im letzten Jahr gar kein 3D geschaut. Ja. Ist ein Nachteil. Brauchen wir nicht wegdiskutieren. Ist einfach da. Einen kleinen negativen Punkt sehe ich vielleicht noch an den fehlenden Smart-Funktionen. Wir wissen ja, dass viele moderne Projektoren, wir kennen es ja gerade aus dem Laser-TV-Bereich, die haben schon alle möglichen Smart-Funktionen integriert. Das heißt, ihr habt Apps hier drauf. Ihr könnt direkt mit dem Gerät schauen. Das Gerät ist netzwerkfähig. Ihr könnt es in euer Netzwerk zu Hause einbinden, ins Internet damit gehen und losgucken. Das können diese Geräte nicht. Es sind und bleiben reine Bildmaschinen. Aber, wie immer gibt es da auch ein Aber, man hat da schon dran gedacht. Weil man könnte bei beiden Geräten einfach einen Streamer anschließen. Zum Beispiel ein Apple TV oder ein Amazon Fire TV oder ein Google Chromecast oder was es da noch so gibt. Ihr könnt das direkt an das Gerät anschließen, an den HDMI-Eingang. Und dann habt ihr im Prinzip alle Smart-Funktionen, die ihr auch von den anderen Geräten könnt, schlachert in diesem Gerät drin. Okay, nun denkt ihr, wie kommt denn jetzt der Ton da wieder raus? Auch daran hat Epson gedacht. Epson hat nämlich mittlerweile, und das ist ganz neu, eine ARC oder sogar eine EARC-Schnittstelle. Das heißt, der zweite HDMI-Ausgang oder Eingang, ja, in dem Fall wäre es ja dann sogar ein Ausgang, da könnt ihr den Ton wieder abgreifen. Das heißt, ihr könnt ein smartes Gerät hier unten reinstecken, könnt den Ton eins zu eins wieder aus dem Beamer rausholen und an euer Audiosystem übergeben. Und damit kann man dieses Gerät dann doch wieder smart machen. Ja, auch das bringt wieder einen Nachteil mit sich, weil wir haben dann im Prinzip ja nur noch einen einzigen HDMI-Eingang zur Verfügung. Tatsächlich in den meisten Installationen, so wie wir es auch meist machen, brauchen wir das alles nicht. Wir haben meistens einen AV-Receiver oder eine Soundbar mit mehreren HDMI-Eingängen und dann geht man ja eh einen anderen Weg. Dann bleibt das einfach nur die reine Bildmaschine. HDMI rein, Bild raus, fertig. Und genau dafür ist dieser Projekte gebaut. Ja, das war's. Das war meine Meinung zu den nagelneuen Epson-Projektoren. Habt ihr Interesse daran? Ihr könnt die natürlich wie immer bei uns besichtigen. Ihr könnt die aber auch direkt bei uns im Online-Shop bestellen. Hier unten findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Ihr wisst, die Geräte sind von uns komplett immer geprüft. Die sind optimal eingestellt. Und so stehen sie bei uns auch aktuell sogar lagernd da. Wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr einfach anrufen, eine E-Mail schreiben. Im Online-Shop bestellen oder einen Termin machen und gerne vorbeikommen. Ich bin fertig über den Lobgesang der neuen Epsons. Ich liebe sie immer noch. Und der bei mir zu Hause stehende LS12000, ich denke, der wird noch eine ganze, ganze Weile da bleiben, weil ich im Moment überglücklich mit diesem Gerät bin. Das war's für heute. Tschüss, euer Olaf. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Und übrigens, hier sind noch zwei Videos, die könnt ihr euch gleich im Anschluss angucken. Bis dann! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020